Hallo und ein herzliches Willkommen zurück im Resort mit Mike Kondo. Ja, und mit Mulenia. In der Höhle. Ja, ja, ja. In welche Richtung waren wir denn unterwegs? Du, genau das gleiche habe ich mich auch gerade gefragt. Ne, wir kamen, wir waren hier auf jeden Fall auch, denn, ne, von hier sind wir gekommen. Au. Von da, siehst du? Von da sind wir gekommen. Von hier sind wir gekommen? Genau, und dann hattest du dich hier rausgegangen, ach, die Höhle muss über uns sein. Ach, stimmt, genau. Weil wir sind ja schon so tief und so. Genau. Und ich meine, dann hatten wir sowas gesagt wie, ach, wir gehen dann noch ein bisschen weiter. Wir graben uns noch weiter durch, weil da hinten ist nichts mehr und so. Glaube ich, dass das irgendwie sowas war. Stimmt. Dann gehen wir hier weiter. Wir wollten ja noch einen Part machen, irgendwie mit Höhle auf jeden Fall. Mhm. Damit du auf jeden Fall noch über 50 Dias kommst. Genau. Ja, den kriege ich noch voll. Die 50 Dias. Ja, das hoffe ich doch. Aber heute, ne, dazu müssen wir jetzt ja noch welche finden. Kann ja sein, dass wir jetzt in diesem Part so gar keine finden? Boah, das wäre aber gemein. Das wäre voll fiese, ey. Da mach ich nicht mit. Mhm. Da ist Eisen. Eisen sind keine Dias. Und Redstone. Ja, aber das kannst du drin lassen. Ich hol das schon raus. Dein Inventar ist ja eh so voll. Ja, Inventar ist leer. Ich hab halt alles im Rucksack. Ich muss das nochmal stacken. Dann hab ich noch wieder ein paar Plätze mehr. Ach so, ja, stimmt. Da sind ja die Rucksäcke noch dabei. Aber ich überlasse dir das gerne. Dann kann ich nämlich schon mal buddeln. Ja, aber du musst ja sowieso die Diamanten finden. Ja, ahaha, Diamanten. Gut, dann hat das jetzt ja doch ganz gut geklappt. Jetzt haben wir 60. Ja, siehst du, da hast du noch einen vergessen. Oh. Jetzt haben wir 62. Gut, gut, gut. Also das wäre jetzt schon echt nicht so toll. Das wäre doof gewesen, aber den hab ich nicht gesehen. Hab ich mich so gefreut, dass ich den übersehe. Ja. Da ist, denkst, Kohle. Jo. Und Erde, ganz toll. Ja, sowas doofes Erde. Die sollte man abschaffen. Ja. Okay, also 60 Diamanten haben wir mal. Mal gucken, wie viele Stacks wir zusammen kriegen. Ja. Den ersten haben wir jetzt ja fast voll. Ja. Ist so dunkel hier. Hatte ich nicht gerade eine Fackel hingehangen gehabt? Da hinten erst. Also, ja, schon ein bisschen weg. Vielleicht hast du die auch wieder abgeklopft. Ich? Ja. Ich glaube eher, dass das du warst. Ja, genau. Um mich zu ärgern. So. Diamanten. Kommt schon. Kommt schon. Auf der Karte ist so gar nichts. Ich sehe überhaupt nichts. Da ist Eisen. Siehst du keine Diamanten auf der Karte? Nein, äh, keine Höhlen oder so. Nichts, gar nichts. Hier ist Gold. Das überlasse ich einfach dir. Ja, diesen Kram. Ich hole nur die Diamanten raus, weil ich hab ja die Glückhacke. Ja. Eben, deswegen sagt ihr, du musst ja nur die Diamanten rausholen. Oben in der Decke ist hier auch noch was. Und eine Kohle. Genau. Tü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü. Äh, Kohle und eine Höhle. Das hab ich jetzt überhaupt nicht drauf geachtet gehabt. Hier waren wir schon. Ach, tatsächlich. Ja. Hier waren wir schon. Wir laufen auch die ganze Zeit nur im Kreis. Hier sind überall Fackeln. Vielleicht ist da ja auch jemand anders gewesen. Ähm, nee. Das ist ja nicht möglich. Hehehe. Das sagst du. Ja. Ich muss mal den Resort Baypoint einschalten. Gucken. Wir sind fast zu Hause. Deswegen. Das haben wir des Öfteren sowas, ne? Ja. Das hatten wir beim letzten Mal, glaub ich, auch. Ja. Dass wir die Höhlentour hatten. Dass wir dann irgendwann plötzlich fast zu Hause waren. Ja. Wir buddeln uns trotzdem in die Richtung dann einfach weiter durch. Ja, das hattest du beim letzten Mal auch gesagt. Ja? Ja. Ja, okay. Ja, dann einfach hier weiter, oder? Ja, du, mach nur. Resort ist hier lang. Aha. Und wir gehen einfach hier lang. Okay. Ja, meinetwegen. Aber wir sind jetzt ein bisschen zu niedrig, wird gern wieder ein bisschen höher gehen. Dann machen wir das so einfach. Zwei hoch wieder. So. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Genau. So. Ich wollte noch irgendwas sagen. Was wollte ich denn sagen? Das wollte ich nicht. Ach so. Die Namensvorschläge für unser Haushuhen. Ach so, ja. Ja, also da entscheiden wir uns dann für einen Namen, wenn wir wieder oben sind. Ja. Ich hab auch noch gar nicht alle gelesen. Ich auch noch nicht alle. Aber ich hab gesehen, dass einige gekommen sind. Und wir haben ja auch noch die Skelettpferde. Zwei neue waren das, ne? Zwei, ja. Die bräuchten ja auch noch Namen. Also wenn ihr da Ideen habt, immer her damit. Ja, ich glaub, da hat da auch jemand schon Crunchy oder so vorgeschlagen. Genau. Genau. Aber es sind ja zwei und das war nur ein Name. Ja, ja, ja. Ich war mir jetzt auch nicht ganz sicher, ob das für das Skelettpferd war oder für eins der Skelettpferde oder für was anderes. Ja, das weiß ich jetzt auch nicht, ob das für das Pferde oder für das Huhn war. Ich glaube, das war für ein Pferd. Ja. Ich hatte die Kommentare nur überflogen gehabt und deswegen weiß ich das nicht so hundertprozentig. Ich hab nur gesehen, eben, dass Namensvorschläge kamen. Mhm. So, okay. Jetzt Diamanten finden. Jetzt konzentrieren wir uns wieder alle auf Diamanten. Okay. Funktioniert nicht. Dollar konzentrieren, los. Coole, toll. Naja, es hat immerhin schon mal irgendwas geklappt. Ah, und Redstone auch gleich. Ach, und da unten noch Lapis. Also jetzt, ne? Naja. Und das Fleckproduktion ist bestimmt noch Diamanten. Mal gucken. Wenn ja, sage ich dir Bescheid. Ja. Nö. Nein, echt nicht? Nö. Sauerei. Oh, ich muss gleich erstmal hier stacken. Okay. Mein Zeug stacken, weil ich hab kaum noch Platz. Hast kaum noch Inventar? Ja. Mein Inventar ist so gut wie weg. Dann stack ich mal gleich mit irgendwie, auch wenn das noch für mich nicht gut tut. Ja. Ach nein, das sind ja... Was mach ich denn? So viel Redstone Zeugs und so. Ja. Ich mach raus das schon. Lapis. Gucken, was ich da noch reinkriege. Das können wir mal wegschmeißen. Also Erde schmeiß ich weg. Die nehm ich nicht mit. Ne? Ja. Zack und äh, zack. Alles schön gesteckt. So. Ordentlich Zeug. Den Lapis stack ich auch erstmal zusammen. Das können wir dann ja wieder auseinander machen, wenn wir den brauchen. Okay. Und Kohle noch. Ja, irgendwie hat das nicht geklappt hier. So. Ganz schön daran, weil ich hier das rumgesteckelt habe. Ja, ja, das ist schon viel. So. Okay. Dann hab ich jetzt alles soweit fertig. Ja, ich auch. In diesen Gang nicht reinkommen. Und da hab ich jetzt mal meinen Müll reingeschmissen. Okay. Das ist der Müllgang. Oh, Lava. Oh, hat man ja auch schon gehört. Ja, das Ding ist, ich passe momentan überhaupt nicht auf, was da auf uns drauf zukommt irgendwie. Hier ist eine Schlucht. Ach, wir buddeln uns einfach weiter. Eine Schlucht ist irgendwie lahm. Ja, vor allen Dingen ist das ja auch voll mit Lava irgendwie. Das wäre ja schon ganz schöne Arbeit da, sich hin und her zu bewegen. Ja, das stimmt. Hast du eigentlich Holz mitgenommen? Holz? Ja. Nö, wieso? Naja, um Fackeln zu machen. Ach so, wieso hast du keine mehr? Äh, ich hab noch 53 Stück. Naja. Die reichen nicht mehr so lange. Es sei denn, du müsstest die nach mir dann einfach wieder einsammeln, denn du brauchst ja nicht unbedingt Tag hell haben. Ich kann die gerne wieder einsammeln. Nur bei mir sollte man ja was sehen, ne? Das stimmt, das wäre schon angebracht. Jetzt gehe ich den ganzen Gang wieder zurück und sammle alle Fackeln ein. Ach so, ein Quatsch. So viele brauchen wir ja nun auch nicht. Ne, aber ich werde immer mal wieder welche einsammeln. Vielleicht finden wir ja auch noch einen Baum hier in der Hülle. Könnte sein. Also ich meine, Blumen haben wir ja nun auch schon gefunden. Ja. Würde mich nicht wundern. Ja. Wenn wir auch noch einen Baum finden würden. Ach so, das hat sich ja gelohnt. Oh. Oh, guck mal, Redstone im Boden. Nein, gibt's ja gar nicht. Doch. Wirklich wahr. Ja. Lava. Redstone im Boden. Und zwar, ähm. Viel oder heiß? Ähm, ja, beides. Viel und heiße Lava. Viele heiße Lava. Aber wir gehen einfach dran vorbei. Ich hätte gerne mal eine Höhle. Also eine richtige Höhle, weißt du? So ein Dungeon oder sowas. Ja. Aber das ist hier überhaupt gar nicht so, ne? Äh, nee, also, nö. Und bisher kann ich mich gar nicht groß dran erinnern, dass wir jetzt im Resort schon großartig auf dieser Karte viele Dungeons oder so entdeckt hätten. Nun muss man aber auch sagen, jetzt hier ist, äh, links, da langt jetzt links, äh, gibt's gleich ne Höhle. Mhm. Schauen wir mal rein. Ähm, muss man aber auch sagen, wir waren im Resort noch nie wirklich viel unterwegs, was Höhlentouren angeht. Das stimmt. Das machen wir jetzt ja erst seit Neuestem. Ja, seitdem eben nicht mehr alles da ist, ne? Ja. Oh, Höhle. Oh, oh. Okay. Das ist eine Schlucht. So, das war aber viel Zeug. Gott, ist das hier dunkel. Das ist ja übel. So schlimm? Ja, ich find das schlimm. Mir kann das noch ein bisschen dauern, bis ich weitergehe. Ja, warum? Weil ich hab hier, äh, eine Erzader an der nächsten. Ach, super. Ähm, ja. Gibt es auch ein bisschen Zeug hier in dieser Schlucht, aber die ist sehr dunkel. Mhm. Da ist noch Gold. So, jetzt hab ich's. Unter dem Gold ist noch Redstone. So. Ach, ich hab schon Level 35. Kann ich demnächst mal wieder verzaubern. Ja, ich krieg ja kaum Level dazu. Oh, verdammt. Ja, du reparierst halt gleich, ne? Genau, dadurch, dass das repariert wird. Du bist jetzt in der Schlucht, richtig? Ja. Ich muss nur wissen, dass ich auf den richtigen Weg geh. Nicht, dass das wieder irgendwas ist, wo man schon mal gewesen ist. Nee, nee. Hier waren wir noch nicht. Also nicht, dass ich wüsste. Ja, da ich ja hinter dir auch immer das Erz abbaue und so und die fackeln. Ja. Ich baue hier auch Erz ab, gerade. Aber jetzt hab ich auch deine Plakette gesehen. Okay. Tü, 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 tü. Oh, da hinten ist auch noch Erz. Das hab ich voll übersehen. Das gibt's ja nicht. Mhm. Das ist ja ganz schön blöde. Und das war's. Weiter geht's nicht. Aber hier ist noch was in die Richtung. Ah, wo bist denn du? Hier ist wieder alles dunkel. Ja. Weil ich dachte, du gehst in die Richtung weiter. Achso, warte mal. Ich hatte das so gedacht, dass du einfach von da weiter gräbst, weißt du? Ja, von hier aus jetzt. Ein Stückchen nach oben, glaube ich. Geht's weiter in die Höhle. Ja, hier. Okay. Oh, Lichter. Haha, Lapis. Lapis gibt immer viele EPs. Das ist cool. Ja. Ähm, ja. Hier sind wir aber zu hoch. Dann müssen wir halt wieder ein bisschen runter. Für Diamanten. Denn darum geht's ja hauptsächlich. Ja. Und Dias-Manten. Oh, jetzt nur noch einsammeln können die Sachen. Gut. Hab alles. Gott, ist das hier dunkel. Da ist auch noch Lapis. Überall Lapis. Also, Lapis finden wir jetzt gerade echt viel. Ja, dafür keine Dias mehr. Nee. Ach, die finden wir auch noch. Ja. Guck schon mal ein kleines Stück weiter. Ähm, Glück und Wasser. Bitte. Jo, und das war's dann hier auch schon. Da ist auch noch Lapis. So. Ja, dunkel. Ach, gehst du doch wieder zurück? Äh, ja. Ich komm ein Stück zurück. Äh, okay. Ähm, ich würd jetzt hier wieder in die Wand gehen. Okay. In die Wand reinbuddeln. Und ein Stück wieder nach unten. Hier ist auch gleich Räkstung. Mal gucken, ob wir irgendwann mal einen Dungeon finden. Auf unseren Wegen hier. Ja, schauen wir mal. Hier ist aber hell. Das ist Lapa, ne? Ja. Und hier ist Gold. Hier drüben ist noch Kohle. Mhm. Und Gold. Und Lapis. Ich geh da unten gleich mal gucken, ob da noch irgendwas ist. Okay. Na, verschwind. Los. Redstone ist da hinten auf jeden Fall noch. Hier ist Lapis. Da hinten auch. Und, äh, Diamanten gibt's ja keine, lohnt sich das eigentlich auch nicht, hier rumzubuddeln. Dann gehen wir weiter. Einfach in die Wand. Da kommt nämlich gleich das nächste Lava-Dingensinn auf uns zu. Okay. Könnt ihr mal den Dungeon-Ball sein? Da stimmt. Wer weiß, wer weiß. Wo bist denn du? Ich komm. Dann lass uns doch mal den Part beenden. Ah, okay. Ja, machen wir. Gut. Dann, ähm, ja, buddeln wir am nächsten weiter. Okay. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.